Wer mit cleveren Aktionen engagiert für eine Sache kämpfen will, sollte nicht unbedacht an die Dinge herangehen. Stattdessen sollten folgende sechs Schritte beherzigt werden. Erstens Ideen sammeln. In dieser Phase empfiehlt es sich, frei und ohne Schranken zu brainstormen. Da es sich hier um einen kreativen Prozess handelt, solltet ihr besser Ja und statt Ja aber sagen. Wer sich eher zu der Gattung der Zweifelnden und Bedenkentragenden zählt, sollte daher während der Ideenphase in den Hintergrund rücken. Zweitens die Zielgruppe. Die Aktion muss bei der Zielgruppe auf Sympathie stoßen. Im besten Falle wird nicht nur eine wichtige Message transportiert, sondern es werden gleichzeitig neue Menschen gewonnen, die ebenfalls aktiv werden wollen. Daher sollte die eigene Zielgruppe nicht durch eine undurchdachte Aktion verärgert werden. Eine Aktion an der Zielgruppe vorbei ist blinder Aktionismus und sorgt meistens für mehr Schaden als Nutzen. Drittens die Recherche. Aus den gesammelten Aktionsideen ist nun die für die definierte Zielgruppe passendste auszuwählen. Auch ist es auf keinen Fall von Nachteil, frühzeitig festzustellen, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt die Aktion am besten geeignet ist. Denn man kann wohl festhalten, dass Bildungspolonesen in Schulen zu Ferienzeiten doch recht deplatziert wirken können. Viertens die Vorbereitung. In der Vorbereitungsphase sollte unbedingt geklärt werden, wer Materialien, wie thematisch passende Schilder, passende Kostüme oder ansprechend gestaltete Infoflyer organisiert und mitbringt. Wer die nötigen Kontakte, beispielsweise zur lokalen Presse, knüpft und vor allem auch pflegt. Und natürlich, wer den Kaffee kocht. Es ist aber ebenso wichtig, bereits in der Planung die Sicherheit zu beachten. Unfälle sollten unbedingt vermieden werden. Fünftens die Dokumentation. Ihr habt es geschafft, Zeit zu feiern und sich auf die Schulter zu klopfen. Nach all der Vorbereitung der Mühe habt ihr die beste Aktion durchgezogen, die es je gab. Doch halt, wer hat sie dokumentiert? Fotos, Videos, irgendwas, nichts? Tja, hat eine Aktion, die nicht wirksam dokumentiert wurde, heutzutage eigentlich einen Wert? Sechstens die Aktion. Am Ende nach all der Vorbereitung bleibt das Tun. Gemeinsam, stark, solidarisch. Viel Spaß dabei. Ach ja, falls ihr noch Anregungen braucht, schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.